Inflation ist Gift für Bitcoin. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Mann, bist du blöd? Verstehst du das nicht? Bitcoin bietet Inflationsschutz. Ich weiß, dass meine Meinung nicht unbedingt von den meisten meiner Zuschauern geteilt wird. Eins muss man sagen. Fakt ist, Bitcoin kennt keine Inflation. Das heißt, seitdem es Bitcoin gibt, gab es noch gar keine richtige Inflation. Und deswegen ist es so, wenn ich sage, Inflation, es gibt für Bitcoin, dann ist das einfach nur eine Meinung. Das ist eine These. Genauso wie es eine These ist, wenn jemand sagt, Bitcoin bietet Inflationsschutz. Das lässt sich einfach nicht belegen. Eins kann man ganz sicher sagen. Internet ist Heimat der einfachen Lösungen. Also, einfache Lösung, pass auf, musst dich lange nachdenken, ist ein No-Brainer, kannst du dir sicher sein und deswegen, Bitcoin bietet Inflationsschutz. Was mir ganz wichtig ist, ich versuche es mal wieder als nicht No-Brainer, sondern ich sage euch, was ist meine Meinung? Warum sehe ich derzeit es nicht, dass Bitcoin Inflationsschutz bietet? Warum gerade die letzten Tage meine Meinung sogar verstärkt haben? Und ich lade euch herzlich ein, versucht es doch mal mit echten Gegenargumenten, außer du bist zu blöd und du hast es nicht verstanden. Denn ich möchte als allererstes die Thesen beleuchten, die sagen, Bitcoin bietet Inflationsschutz. Und das halte ich nämlich für sehr wichtig, denn das ist genauso gleichberechtigt wie meine Antithese, dass es nicht der Fall ist. Hier zitiere ich Markus Miller, anerkannter deutschsprachiger Krypto-Experte, der sagt, Bitcoin gibt es maximal 21 Millionen Stück. Und diese Mengenbegrenzung ist ein sehr wichtiger Inflationsschutzeffekt. Jetzt muss man dazu sagen, er nennt ja nicht nur Bitcoin, sondern auch Gold. Und bei Gold haben wir historische Daten. Und die meisten von euch wissen das. Ich besitze Gold deutlich mehr als Bitcoin. Allerdings muss ich sagen, Gold besitze ich auch nur im einstelligen Prozentbereich meines gesamten Vermögens. Ich bin einfach ein Fan der Diversifikation. Und ich habe auch schon mal gesagt, Leute, Gold bietet nicht immer und nicht unbedingt Inflationsschutz. Denn historisch kann man sehen, Gold hat manchmal als Inflationsschutz funktioniert und manchmal auch nicht. Und dafür bin ich auch schon mal heftig kritisiert worden von den Gold-Fans. Da beißt die Maus aber keinen Faden ab. Das heißt, wenn ich nochmal ganz kurz das erklären darf, also dass es etwas nur begrenzt gibt, bedeutet nicht, dass es als Inflationsschutz funktionieren muss. Hat bei Gold nicht immer funktioniert. Und Bitcoin muss erst noch beweisen, dass es bei ihm auf jeden Fall funktioniert, manchmal funktioniert oder gar nicht funktioniert. Und on top, weitere Thesen, Argumente, warum Bitcoin als Inflationsschutz funktionieren könnte, ist, naja, viele Bitcoins sind in den Händen von Hotline. Das heißt, die wollen die sowieso nicht verkaufen. Und viele Bitcoins sind verschollen. Die meisten Bitcoins sind schon weg. Damit meine ich, die meisten Bitcoins sind bereits gemeint worden. Jetzt kommt ja erst die institutionelle Nachfrage. Und deswegen würde es ein Flaschenhaltsphänomen geben. So, wenn ich nochmal ganz kurz zu den Zusatzthesen etwas sagen darf, bevor wir dann zu der Mengenbegrenzung kommen. Dass viele Bitcoins in den Händen von Hotlern sind. Ja, absolut. Kleinanleger sind die genialsten Hotler. Und es gibt jetzt auch schon die ersten Unternehmen, wie zum Beispiel MacroStrategy. Zumindest sagt das der CEO, dass er das sehr, sehr lange halten möchte. Allerdings habe ich das an dieser Stelle auch schon mal gesagt. Also wenn man sich zum Beispiel die Fonds anschaut, die bei Grayscale investiert haben. Und Grayscale hält ja eine beträchtliche Menge an Bitcoins. Dann ist es so, wenn man sich anschaut, in welche Assetklassen diese Fonds, die bei Grayscale in Bitcoin investiert haben, sonst investiert sind. Das sind hochspekulative Fonds, die hochspekulative Assetklassen halten. Das muss man wissen. Das sind nicht klassische Fonds, die den sicheren Hafen suchen. Sondern das sind eigentlich eher Fonds, die die Rendite suchen und dann auch bereit sind, die Rendite zu kassieren, wenn es so weit ist. Vielleicht ist es jetzt bei Bitcoin anders. Aber dass die meisten Bitcoins nur in den Händen von Hotlern sind, das wage ich zumindest teilweise, nicht für alle, teilweise zu hinterfragen. Und ich sage ja auch, Bitcoin ist A zu volatil. Und Stand jetzt von dem, was wir an Inflation gesehen haben, haben wir keine Korrelation gesehen zum Verbraucherpreisindex. Das heißt, Bitcoin Preis nicht korreliert bis jetzt mit dem Verbraucherpreisindex. Da muss man mich wiederum kritisieren und sagen, ja, weißt du was, weil Bitcoin einfach sehr volatil ist und die Inflation derzeit sehr niedrig ist, lässt sich das gar nicht richtig messen. Also diese Aussage ist fragwürdig. Erst müsste mal so richtig hohe Inflation kommen und dann könnte man das auch miteinander korrelieren. Gut, also viele sagen, also es gibt nicht viele Bitcoins und deswegen könnte Bitcoin Inflationsschutz bieten. Lasst uns jetzt bitte miteinander darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass in den letzten Tagen nicht nur aus meiner Sicht der zusätzliche Beweis dazu gekommen ist, dass Bitcoin keinen Inflationsschutz bietet, sondern wenn Inflation kommt, Bitcoin unter Druck geraten könnte. Dafür müssen wir uns als allererstes die Rendite der 10-jährigen Wurz-Anleihen anschauen und das, was wir hier sehen können, ist Corona-Crash seinerzeit. Dann sind die Renditen der 10-jährigen Anleihen relativ lange seitwärts gelaufen und leicht angestiegen seit Anfang des Jahres. Das ist in etwa Anfang des Jahres 2021. Renditen der 10-jährigen Anleihen massiv nach oben gegangen. Zuletzt sogar noch stärker, der stärkste Anstieg seit vielen, vielen Jahren. In gerade mal zwei Monaten sind die Renditen um 60% gestiegen. Warum eigentlich? In den USA sieht man, dass die Geldmengenvermehrung gar nicht aufhört. Es gibt weitere Stimuluspakete, die jetzt auch noch zusätzlich von der neuen US-Regierung verabschiedet worden sind. Dazu kauft die Fed weiterhin Anleihen und hat auch bis jetzt nicht angezeigt, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm verringern möchte. Und es gibt mittlerweile Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in den USA von über 6% für das Jahr 2021. Das sind chinesische Verhältnisse. Das heißt, der Markt sagt, hey, warte mal kurz, ich sehe, die Geldmenge vermehrt sich, ich sehe, die Wirtschaft wird aller Voraussicht nach sehr stark wachsen. Hoaha, da kann ich aber davon ausgehen, dass die Inflation kommen wird. Und wenn die Inflation kommt, dann wird die Fed reagieren müssen, dann wird sie die Zinsen anheben müssen. Und wenn die Zinsen angehoben werden, dann gibt es mehr Rendite für die 10-jährigen US-Anleihen. Relativ klare Geschichte. Deswegen Inflationserwartung ist der Grund gewesen, warum die Rendite der 10-jährigen Anleihen zuletzt angestiegen ist. Und wie ist eigentlich die Korrelation zwischen Bitcoin und der 10-jährigen US-Anleihe? Oh, wenn man sich das anschaut, seit dem Corona-Crash relativ gleichmäßig. Das würde ja also bedeuten, dass wenn die Rendite der 10-jährigen Anleihe noch weiter ansteigt, in der Inflationserwartung auch Bitcoin mitsteigt. Na, da hast du doch gerade selber den Beweis erbracht, dass Bitcoin eine positive Korrelation hat zu den 10-jährigen Anleihen und deswegen Inflationsschutz bietet. Hm, nicht so schnell. Da muss man nämlich genauer hinschauen. Bevor wir uns diesen letzten Teil anschauen, lass uns doch mal gucken, womit ist denn eigentlich Bitcoin, außer mit den 10-jährigen Anleihen in den letzten Monaten seit dem Corona-Crash positiv korreliert gewesen? Zum Beispiel mit Marihuana-Aktien. Also hier dargestellt in Canopy in weiß und in orange dargestellt Bitcoin. Wir sehen Bitcoin, hier Konsolidierung, bisschen steigen, Marihuana-Aktie ähnlich. Marihuana-Aktie läuft früher los, Bitcoin läuft ein bisschen später los, gibt sie ein bisschen Pullback und dann kommt der Anstieg bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber man muss sagen, der Pullback kommt bei der Marihuana-Aktie deutlich stärker als bei Bitcoin und ein bisschen früher auf alle Fälle. Wie ist denn das zum Beispiel mit NIO, einem Elektroauto? Hm, auch hier Konsolidierung, leichter Anstieg, Elektroauto läuft ein bisschen früher, Bitcoin läuft ein bisschen später, aber sehr ähnliche Konsolidierung bei Bitcoin ein bisschen später, der läuft wieder los, Bitcoin hinterher, aber auch relativ gleichmäßig beide mit dem Pullback. Und wie ist es zum Beispiel mit Plug Power, Wasserstoff, hochspekulativer Aktien, übrigens alle Aktien, die ich euch gezeigt habe, nicht profitabel. Hochspekulative Unternehmen, teilweise hochgradig verschuldigt, allerdings trifft das zum Beispiel nicht auf Canopy, die Marihuana-Aktie zu, die ich euch gezeigt habe. Auch hier ganz klare Korrelation. Wobei man sagen muss, Plug Power ein bisschen weitergelaufen, ohne zu konsolidieren, da gab es nämlich noch eine Beteiligung, Bitcoin zieht ein bisschen später an, dafür, weil er hier das hier nicht mitgemacht hat, läuft er ein bisschen früher seitwärts und dann gibt es den Ausverkauf und Bitcoin macht auch den Ausverkauf. Das heißt, Bitcoin ist ja nicht nur mit der 10-jährigen Anleihe positiv korreliert, sondern mit den ganzen hochspekulativen Asset-Klassen. Aber sowas von, hm, was willst du mir eigentlich sagen, Habit? Will ich euch erklären? Eigentlich ist es nämlich so, dass spekulative Geld, hier dargestellt in den Qs, ETF des Nasdaq 100, ist normalerweise negativ korreliert zu den 10-jährigen Anleihen. Hier 2016 bis Anfang 2020. US-Aktien Nasdaq steigt, dessen ETF-Respektive Rendite der Anleihen fallen. So, dann hier dieser massive Anstieg der Hoppola, das war zu schnell. Massiver Anstieg der Renditen, da gab es noch mal den richtigen Crash, aber seitwärts laufende bis leicht negative Renditen, sehr, sehr niedrig, super, mögen Aktien laufen nach oben. Nur was wir zuletzt gesehen haben und nicht nur bei Bitcoin. Wir haben gesehen, die Qs in orange dargestellt, das ist jetzt seit dem Corona-Crash, die steigen, die Renditen der 10-jährigen Anleihen steigen auch, die sind miteinander positiv korreliert gewesen zuletzt. Das ist auch der Grund, warum viele Experten gesagt haben, irgendeiner wird verlieren. Das ist, das ist so, als würden bei einem Magnet Plus und Minus nebeneinander laufen. Das kann einem Aktienmarkt eine Weile gut gehen, aber irgendwann muss einer verlieren. Das heißt, entweder zieht dann die 10-jährige Rendite ab, dreht ab, Verzeihung, dann können Aktien weiter steigen oder in dem Augenblick, in dem die 10-jährige Rendite anzieht, so richtig Gas gibt, so den Imboss-Modus schaltet, dann tun sich Aktien weh. Und besonders wehgetan haben sich die spekulativen Assetklassen. Der Nasdaq um 7%. Übrigens der DAX, in dem nicht so viel spekulatives Geld drin gewesen ist, obwohl die Renditen hochgegangen sind, nur 2% gefallen. Aber Aktien wie zum Beispiel NIO über 30%, Plug Power 40%, Marihuana-Werte 40%, Bitcoin bis jetzt relativ stabil und trotzdem auch unter Druck geraten. Das heißt, diese Bewegung hier, diese letzte Bewegung bei den 10-jährigen Anleihen, da hätte eigentlich Bitcoin, wenn ein Inflationsschutz im Moment sein wollte, hätte er mitziehen können. Das hier alles, das hat nicht nur Bitcoin gemacht. Wenn wir das also als Beweis nehmen wollen, dann müssten wir sagen, ach, NIO bietet auch Inflationsschutz und Plug Power bietet auch Inflationsschutz und so weiter und so weiter. Das hier hätte es gebraucht. In dem Augenblick, in dem die Inflationsangst reinkommt und spekulative Assetklassen abverkauft werden, hätte Bitcoin stark bleiben müssen. Das ist Bitcoin nicht gelungen. Deswegen sehe ich Stand jetzt, Bitcoin ist stark korreliert mit den hochspekulativen Assetklassen. Im Moment ist es so, wenn der Markt in Risk-Off-Modus scheitert, ist es so, dass Bitcoin ausverkauft wird. Zuletzt hatten wir Risk-Off wegen der Inflationserwartung. Davor, im März 2020, ist der Markt in Risk-Off gegangen, weil der Markt gesagt hat, hey, ich brauche den sicheren Hafen. Der sichere Hafen, da zählte nicht mal Gold dazu. Das Einzige, was als sicherer Hafen damals galt, war der Dollar. Bitcoin wurde abverkauft. Bitcoin kam erst wieder rein, als der Dollar nachgelassen hat. Das heißt, im Moment vielleicht ändert sich das. Gibt es Indizien dafür, keine Beweise dafür, dass Bitcoin derzeit keinen Inflationsschutz bietet? Vielleicht schneit es Jahr und am Anfang ist Bitcoin ein bisschen scheu, so wie mein Sohnemann und sagt sich dann hinterher, oh, ich liebe die Inflation und der Bitcoin-Preis wird hochschießen. Nur eins muss ich euch sagen, sich so hinzusetzen und zu sagen, Bitcoin bietet Inflationsschutz, kann gar nicht anders sein, gibt es nicht so viele davon. Dann ist es nämlich so, dass ihr in einer eigenen Welt lebt und nicht es mit Tatsachen in Berührung bringt. Und das ist übrigens auch ein Grund und jetzt will ich mit euch auf die Charts schauen, warum ich zuletzt gesagt habe, ich glaube nicht, dass Bitcoin anfangen wird zu crashen, weil nämlich ich zuletzt Folgendes beobachtet habe. Das ist der Chart des Nominalkurses der 10-jährigen US-Rendite. Der Nominalkurs läuft wiederum gegenläufig zur Rendite. Das heißt, die Rendite hat angezogen und der Nominalkurs fällt. Und der Nominalkurs ist auf eine sehr starke Unterstützung gefallen und die Unterstützung ist auch noch mit sehr viel Volumen gekauft worden. Das ist eigentlich negativ für die 10-jährige Rendite. Das heißt, ich erwarte, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen eher anfängt seitwärts zu laufen, nicht mehr so stark anzuziehen, nicht in den Bus-Modus zu gehen. Und deswegen ist es so, dass wir zuletzt gesehen haben, zum Beispiel, dass die Kuhs auch anfangen konnten, sich wieder etwas zu erholen. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel gesehen haben, dass eine Aktie wie NIO auch hoch spekulativ etwas anziehen konnte. Das ist mit ein Grund, warum es Bitcoin gelungen ist, meiner Meinung nach, mit den anderen spekulativen Asset-Klassen nach oben zu kommen. So, jetzt hat natürlich Bitcoin auch ein Eigenleben. Wir sehen nur eine klare Korrelation zwischen den hoch spekulativen Asset-Klassen und Bitcoin. Und wir sehen eine negative Korrelation zu der 10-jährigen Rendite der USA. Wenn ihr glaubt, dass Bitcoin Inflationsschutz bietet, wenn ihr glaubt, dass Bitcoin der sichere Hafen ist, dann muss auch der Tag kommen und der ist bis jetzt noch nicht da, an dem die Nios und die Plug Powers und Teslas und Marihuana-Aktien und die ganzen IPOs und so weiter, die ganzen Wachstumswerte, die noch nicht profitabel sind, die müssen unter Druck geraten und Bitcoin muss Gas geben. Das braucht es. Und deswegen muss ich euch eins sagen. Rein technisch gesprochen, ja, hey, stark, was Bitcoin gemacht hat. Absolut. Weil nämlich in einer kleineren Zeiteinheit, ich habe das sogar getwittert, ich habe gesagt, hey Leute, wisst ihr was, Bitcoin zeigt sich gerade echt schwach und liegt hier rum. Also, wenn es Bitcoin nicht gelingt, lass mich das einmal kurz hier wegnehmen. Wenn es Bitcoin nicht gelingt, das war am Wochenende, hier Stärke zu zeigen, dann besteht nämlich die Gefahr 40.000, 38.000. Bitcoin braucht es kurzfristig, dass sie es nämlich schaffen, als erstes die 48.000 rauszunehmen. Warum? Guck mal, das war hier Unterstützung, da fällt da durch, das ist Widerstand, das ist Widerstand. Das haben sie zurückerobert. Das ist absolut kurzfristig Zeichen der Stärke, dass diese Widerstandszone jetzt zur Unterstützung gemacht worden ist. Gleichzeitig ist es so, dass die 50.000 ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt. Warum? Wir haben hier über den Tagestag die 20-Tage-Linie. Wir haben hier einen horizontal ehemaligen Widerstand, 50.000, der Markt geht hoch, kriegt einen auf den Kopf und ist jetzt Widerstand. Dazu kommt die 20-Tage-Linie. Das heißt, das was ich sehe ist, ja, MicroStrategy hat ja einen Bereich von 52.000 für eine Milliarde weitere Bitcoins gekauft. Hat den Markt nicht so richtig interessiert. Hat den Markt nicht wirklich stabilisiert, sondern der Abgabedruck ist größer gewesen. Wir haben den Ausverkauf gesehen. Und deswegen, wenn es denn den Bitcoin-Bullen gelänge, jetzt sich zwischen 50.000 und 48.000 festzusetzen und zu konsolidieren, wenn ihnen das gelingt, dann ist es so, dass ich sagen würde, okay, ich bin kurzfristig dabei, etwas auf der bullischen Seite zu trainen. Wenn Bitcoin hier einfach durchläuft, dann muss ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich werde nicht hier irgendwo mit einem engen Stop arbeiten, in der Hoffnung, dass er durchläuft, weil hier dieser Ausverkauf aus meiner Sicht doch durchaus stärker gewesen ist. Ich will eigentlich sowas sehen. Also seht ihr, das, was wir hier gesehen haben, war das hier. Ja, vielleicht kommt er nochmal hoch. Dann will ich eine Bodenbildung sehen, damit ich sagen kann, ja, du gehst nochmal nach oben oder gehst du nach unten. Und deswegen, ganz kurzfristig über die Stunde, das, was jetzt so zuletzt passiert, das hier. Ja, das ist schön. Aber das ist am Widerstand. Und Bitcoin muss sich meiner Meinung nach derzeit noch beweisen. Ich sehe im Moment, ich sehe im Moment deutlich mehr Kryptowährungen, die einen Ausverkauf gesehen haben und übergeordnet nach diesem Ausverkauf liegen bleiben. Bitcoin gehört zu den echt stärkeren, weil er nämlich diese Bewegung macht. Viele bleiben hier liegen. Das heißt, ich bin eher bei den Altcoins als Trader jetzt auf der Short-Seite positioniert, weil wenn Bitcoin tatsächlich 150.000 scheitert und nach unten kommt, sehe ich etliche Altcoins, die Abgabedruck bekommen könnten. Kurzfristig. Ob jetzt Bitcoin dann die 43.000, 44.000 bestätigt oder vielleicht nochmal in Richtung 40.000 geht, das ist alles kurzfristig. Das ist für mich dann nicht relevant. Nur ich will nicht in den Widerstand hochtreten. Genauso, wie ich euch hier gesagt habe, dieser Ausbruch. Könnt ihr euch erinnern? Ich will da nicht hochtreten. Das ist in den Widerstand hinein. Ich habe euch auch diverse Widerstände seinerzeit gezeigt. Brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Und deswegen meine dringende Empfehlung. Leute, wenn ihr Hodler seid, guckt euch auf jeden Fall an, was die Rendite der 10-jährigen Anleihe macht. Und es braucht aus meiner Sicht, dass Bitcoin sich von den hoch spekulativen Asset-Klassen lösen kann, um als sicherer Hafen, als Inflationsschutz zu fungieren. Das wäre natürlich genial, wenn es Bitcoin gelänge, mit den spekulativen Asset hochzugehen. Und wenn die spekulativen Asset-Klassen, dann, wenn die Inflation kommt, die hohe, mit unter Druck zu geraten. Kurz rustig würde ich mir angucken, ob die Rendite der 10-Jährigen allein nochmal anziehen möchte, was ich nicht sehe, was ich nicht glaube. Dann könnte Bitcoin nochmal, so ähnlich wie hier richtig stark unter Druck geraten. Wenn ihr Hodler seid, bleibt Hodler. Wenn ihr tradet, ihr müsst wissen, was ihr da macht. Ihr müsst in der Lage sein, Formationen zu erkennen, Unterstützung und Widerstände zu erkennen, rein systematisch vorgehen zu können. Und da lade ich euch herzlich ein. Unser Ausbildungsprogramm, bin ich mir sehr sicher, ist genau das, was Trader brauchen, damit sie nämlich anfangen, mit ihrem Können ihr Geld am Markt zu verdienen und nicht mit ihrem Bauchgefühl und nicht mit hohen Emotionen und vor allen Dingen nicht mit sehr hohem Risiko. Ich hoffe, dass die Ausgabe für euch wirklich hilfreich gewesen ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl.